So, hallo und guten Morgen Leute. Ja, heute mal wieder ein Traumsonntag. Blauer Himmel, keine einzige Wolke am Himmel. Darum sind wir halt schon früh dran, früh auf und ja, wir wollen halt auf die Reiteralm. Ja, eine gute Tour, möchte ich mal sagen. Da geht es auch gut bergauf und sind rechtzeitig halt dran, weil heute soll es auch richtig heiß werden. Und ja, kommt mit, auf geht's. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ein gutes Teilstück der Reiteralm ist jetzt bereits geschafft. Wir sind jetzt hier im Anstieg auf dieser Forststraße und haben, ich denke mal, so ein Drittel mindestens schon hinter uns. Ja, trotz, relativ bald in der Früh ist es ganz schön heiß. Wir schwitzen kräftig und auch erstaunlich, wie viele Wanderer hier schon unterwegs sind. Es ist halt doch Sonntag halt und ein schöner Tag. Und ja, hier sieht man schön das Schild zur Reiteralm, Montag und Freitag geschlossen. Ja, super, wir haben heute Sonntag, da dürfte offen sein. Musik Ja, super, wir haben heute Sonntag, da dürfte offen sein. Bekannt ist die Reiteralm für einen Käsekuchen, für einen Käskuchen. Sagen wir auf Börisch, der Reiteralmer Käsekuchen. Eine Spezialität hier hier oben und dafür ist die Reiteralm auch sehr bekannt. Schauen wir mal, ob es einen frischen Käsekuchen gibt. So, Christi. So, Christi. So, Christi. So, jetzt geht's rasant nach unten da, haben wir schon eine erste Abfahrt, oh, klack, So, rechterhand ist die Keitenkarte, da fahren wir jetzt vorbei, die lassen wir rechterhand liegen und haben da eine lange Abfahrt jetzt in die Laubau nach unten, da freuen wir uns jetzt drauf, ist zwar fast alles Forststraße, aber ja, da kann man es richtig sausen lassen. Applaus Applaus Wow, wo ist für ein Panorama? Super Das ist ja 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.